Zockermorde Road Buddies Diewegeee Düp 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 und damit herzlich willkommen zurück bei The Sims 4 Road Buddies Diewegeee Ja, hier ist wieder das dreckig Kall ist jetzt auf Arbeit, Lenne wurde endlich mal befördert Hat auch lange gedauert Und hat Stinkefüße Das Waschbecken ist also komplett dreckig Das riecht nach Stinkefüßen Das ist auch nicht besser So, was müssen wir jetzt erfüllen für einen Job Level 2 der Programmierfähigkeit erreichen Eieiei Ein bisschen hier a la Informatik Ja Hat er denn Hunger Also wir haben jetzt frei Guck mal, wir haben jetzt ein schönes Wochenende, wo wir mal was machen können Oh, das ist doch super Also ich finde auf jeden Fall ein bisschen hier am PC rumdaddeln Ja, auf jeden Fall Und wir müssen dann, was sagt denn das Konto 735 Dollar Wir müssen ja auch bald mal eine Einwahlungsparty schmeißen Wir kennen ja jetzt schon ein, zwei Leute Programmieren üben Ja, super So, da können wir auch Witze schreiben, stand da gerade Siehste? Ha Um das nochmal auf den Punkt zu bringen Bertha hatte recht Ja Bertha hatte recht So Oh, guck mal Ja, ja Voller Code hier, Alter Schön Java, oder was? Ja, guck mal unter unten Das sieht ja an hier Wirtschaftsinformatik Ole, ole, ole Funktioniert alles Wunderbärchen Oh, guck mal, wie er sich freut Aber der Spaß geht runter Hat die Programmierfähigkeit erworben Naja, ist ein bisschen anstrengend, ne? Ja Nebenbei ein bisschen chatten hier Abfahrt, naja Lina fragt, was machen wir heute Abend? Da möchte ich kichiert Okay, erreichen Okay, okay Muss man wieder das reparieren, ne? Das machen wir dann gleich Ja So, jetzt lassen wir hier nochmal ein bisschen daddeln Ja Und dann, äh Klausewitz hat dann, glaube ich, auch Wochenende, ne? Ich glaube, ne? Warte mal, Klausewitz Bei so einem Job muss man am Wochenende los Hier, guck mal Mittwoch und Donnerstag frei Da muss man logen die ganze Zeit Das ist natürlich übel So, Kalle ist auch zur Arbeit Ja Oh, der ist aber nicht gut drauf Wütend Wütend Was ist passiert? Warum hat er da so ein Kannst du mal auf das Zeichen da gehen? Was ist los? Aufgebracht Ein hitzköpfiger Sim kann seinen Ärger nicht verstecken Wenn er, mhm, das ist so blöd Das Gespräch war scheiße Aber es dauert noch 40 Minuten Von daher Und dann geht das wieder Dann kriegt er sich wieder ein Was ist bei ihm hier los? Oh, der könnte aber auch, äh Ja Befördert werden, ne? Oder ein Urlaub Drei Tage Wir haben alle verfügbaren Urlauber, ne? Das heißt, wir gehen einfach nicht zur Arbeit, ne? Ja Wie auch immer man Urlaub nehmen kann Ja So, wie sieht es mit Lenna aus hier? Spaß oder nicht? Das ist auch geil Ganze drei Tage Urlaub im Jahr Ja Schiena-Verhältnisse Und der hat hier schon die Dollarzeichen im Kopf, ne? Aha, wenn ich jetzt hier was Geiles programmiere, ey Dann mache ich hier die dicke Kohle Ah, ja, mhm Funktioniert 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 Ist das von draußen aus? Hallo? Jawohl Ja, ja, voll geil Yes Ja So wird das was Sehr schön Ja Ne? Aha Komm, wir lassen da ein bisschen vorspulen hier Ja, behauptet Weil Energie hat er noch Alles gut Und dann kann er gleich mal was essen, ne? Und den macht er jetzt noch voll hier Es ist ja Wochenende Ja Ich finde, er kann sich mal richtig dekadent eine Pizza bestellen Mit Klausowitz zusammen Ja, aber wir haben noch jetzt extra das Ding da gekocht Haben wir gekocht? Levelaufstieg! Wenn es noch nicht vergammelt ist, wie lange? Vier Stunden noch Ach, Tortillas Ja, ne stimmt Ein Gericht nehmen Ja, dann gibt's morgen Pizza Pizza Party Friday Night Angespannt Weil angespannt Ah, ja Er möchte duschen Ja, angespannt Ich hier kriegt er nicht Ich muss noch was essen Aber lass ihn doch dann duschen Danach kann er duschen Hefte das mal an Geht nicht Ach, geht nicht Hm Okay Lass mal auf die gegessen Na komm, ampf mal Bist er aber auch immer gleich überfordert Wenn er mal ein bisschen was machen muss, ne? Direkt immer angespannt Auch wenn er von der Arbeit kommt, angespannt Oh ja, die scheiße Arbeit hier Oh, ist doch jetzt Wochenende, Lenne Kotzen ist doch alles Zack mal Erkennst du dich eigentlich da wieder? Ein wenig Ein wenig, ja Also, ich geb's zu Manchmal ist es echt so Dass man dann arg von der Arbeit genervt ist, ne? Nur ein bisschen Aber das ist Oh, wer denkt so dran? Essen Hm Tortillas sind schon geil, ne? Ja, richtig geil Hallo Hm, das schmeckt mir jetzt irgendwie nicht mehr Oh, ich würd duschen Ist auf, ja Junge Aber bringt richtig was Wenn er an den Chip reindrückt Ja Einer übrig, okay So, jetzt aber duschen Konne, die räuchte Aber er kommt erst mal weg Ganz brav Vernünftig Oh, ja Plus 216, warum? Klausowicz hat heute gearbeitet Oh Klausowicz hat heute 20 mit nach Hause gebracht Außer man hat eine tolle Arbeit gelassen Na, das war schön Ja, sehr schön Komm, Klausowicz Du musst auch was essen bestimmt Nee, du bist das mal jetzt hier Das ist ja Lenne, ne? Ja, da muss man duschen Ja, weil er angespannt ist Duschen Genau, komm Klausowicz, was sieht bei dir aus hier? Energie Ja, das ist ein bisschen neue, ne? Instant pen Wo ist die Gitarre? Ja Hat er nicht weggeräumt, war? Wo ist die Gitarre hin? Das wüsste Ist das am Inventar, oder was? Verbraucht Wurden wir beclosed Das kann natürlich auch sein Würde ich ihn ja beschlossen haben? Aber dann wäre der PC bestimmt auch weg Wo ist denn die scheiß Gitarre hin? Wir müssen mal, ähm Wie kommt man denn überhaupt ins Inventar? Weil die haben ja auch alle was bekommen schon, ne? Mittlerweile Ja Hier, da Ah, da in der Ecke Ist das das Inventar? Das hier? Ja Ah, guck mal Uh Gewöhnliches Tuning-Teil Du bist gerade bei Lenner Ja Und das daneben Teil für Sanitäranlagen Ach so, das hat er gefunden Oh, sieht das bei ihm aus? Ach hier, hat er einmal mit der Da ist die Ah, es ist da Der hat sich direkt in die Tasche gepackt Errungenschaft Introvertiert Oh Ist jetzt nicht das Beste, ne? Ne Einen Sim-24-Sim-Stunden keinerlei soziale Aktionen ausführen lassen Oh Siehste, ich hab doch gesagt, wir müssen mit Klausewitz mal los War das Klausewitz, ja? Ja Oh, scheiße Ja, wir waren mit ihm noch gar nicht unterwegs Ach, Klausewitz Das tut mir leid Oh, ich hab's gesagt Oh Was für ein Arbeitstag 91 Dollar verdient Na, du bist ja geil Oh, Kalle, ey Kalle, du trägst nichts bei Du musst mal klauen, ich bin hier Du trägst nichts bei, ist auch schön Oh, es kommt noch Hoffe ich Na, wenn der erstmal die Juwelen klaut, ey Dann macht er euch hier allen aber was vor Dann machen wir Powernap Das Sofa scheint echt gut zu sein, ne? Für Powernaps Ah, ja Das geht schnell Er möchte spielen Was möchte er noch? Jongen gehen Ja, komm, ab damit So, dann geh joggen Voll energiegeladen immer Was ist los mit dir, Alter? Ja, macht Spaß, ey Ja Und geh mal Dann geh mal joggen Und los geht's Viel Erfolg, tschüss So, und das ging früher Man konnte sich da anheften Und dann ist man immer so mitgelaufen Doppelklick auf ihn Also auf Nee, unten auf die Figur Nee, das ging früher anders Oder auf die Runde So, jetzt rechtsklick Rechtsklick Ah, siehst du Dann läuft man nämlich mit ihm Aha Er joggt sich jetzt aber auch nicht gerade zu Tode, ne? Nicht so weit schon, bitte Hoch Können wir noch nie heranzuhen? Oh, reicht doch schon Ja Ja, okay Besser als nichts, ne? Alle anfangen schwer Fängt gerade erst an Errungenschaft Okay, sehr schön Spiele fünf Stunden die Sims Ach ja Mensch, fünf Stunden Nicht schlecht Alter Falter Das ist ja peinlich Das geht in den Müll Dann gehst du jetzt erstmal auf die Toilette her Bevor du duschen gehst Weil die Toilette pissen ist nicht Dann kannst du duschen Essen Schlafen Und dann geht die nächste Schicht los Gar nicht Morgen ist frei Schön Das ist doch super Hä, dann können die dreimal was zusammen machen, oder? Ja Mö, 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 mö Ja, Hygiene geht gleich hoch Sehr schön Ich kann auch mal eine geilere Dusche kaufen Von mir aus Schnell duschen Komm Das geht sogar schnell duschen, ey Hast du gesehen? Hm Gut, dass keiner reingucken kann hier Zack Du, du, du Du, du, du Ja, guck mal Er pfeift aus, oder? So Die schlafen schön hier, die Jungs Das ist schön Beide Da Ja, könnt ihr auch schlafen Ja, Adrie die Hunger hier Er hat immer Knast, ne? Der wacht auch gleich auf wieder Okay Er hat Hunger Liebe ist toll Ja, ich finde, da müssen wir jetzt auch mal was tun Ja Er hat ein bisschen Nerven, ne? Aber wir müssen mit Kalle jetzt mal ein bisschen Ja, kann er gleich machen Kann er hier gleich mit Kalle ein bisschen abhängen Kurz Na siehst du, läuft doch so Dann kann ihr mal hier Frühstück servieren Das ist doch super Was gibt's im Alp? Eier und Toast oder Rührei? Ja, komm, Eier und Toast oder? Ja, komm, Wochenende Ja, komm, Wochenende Ja, guck mal Und zack Und jawoll Die schwubbeli Schwubbeli Und Oh Wow Kalle, das läuft bei dir Jawoll Und das Mut hier Wenn sie gleich alle aufstehen Hier gibt's schon ein Futter Morgens um 8 Samstags Hast du noch was futtern hier? Da müsste der eigentlich auch gleich mal aufstehen Hier, jawoll Auch hier, Lenni steht auf Dankeschön Was hat er denn hier? Lenni hat auf jeden Fall nicht so viel Spaß In letzter Zeit, ne? Oh, Mensch Ein Gericht nehmen, komm Kommt, frühstückt mal zusammen Was möchte er hier machen? Sie ist jetzt beruhigend vorm Spiegel Hallo Na, zocker mal Kommt dir das bekannt, wa? Ich hab übrigens auch ein Bedürfnis zu was auch Was denn? Ich würde sehr gerne eine Kaffeemaschine kaufen als nächstes Ah, das können wir auch machen, ja Klar, gerne Ärgerluft machen, er holt ab, oder was? Alles Kacke hier, ne Scheiß, wie geht die mir auf die Nüsse Und er ist schon wieder Energie geladen, wie auch immer er das macht Oh Gott, die Hände Ich kann das total verstehen, dass das so scheiße bei dir läuft, das ist echt ätzend Komm, kriegen wir Handschocker nochmal hier, was ist los? Yum, 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 yum Guck mal, Parallel-Eating Oh, hier Hey, Klausowitz Komm, ein bisschen sozial interagieren hier Dann bist du auch wieder extrovertiert Rumlödeln, komm Ja, und Brotans machen wir gleich Brotans Hey Guck dir die Vollidioten an, da, wie die Orgel pfeifen Was möchte er denn hier gerne machen? Er möchte was gucken Geheimnisse ausplaudern Er will ein Geheimnis ausplaudern Es macht dich nicht unbedingt sympathischer Er kommt lauter noch aus Über Interessen reden, komm Ich hab mit Nina gebumst Die Arme gibt es gar nicht So, warte, was gibt's noch? Komm, wir machen Brotans Da müssen wir echt aufpassen, dass Klausowitz nicht anfängt Wir wollen hier auf Freundschaft schließen Glücklich Wir müssen noch Bros werden hier Der ist ein bisschen Bisschen untergegangen hier, ne? Klausowitz, wir kommen, ob das passieren Oh nein Genau Oh, gemeinsam ein Foto machen Das ist doch schön Mach das mal Mensch Schön nackt Oh, kaputt wieder Wir reparieren das gleich, ist kein Problem Ja, Lenne kriegt das hin, ey Ist ja Samstag So, Selfies Achtung, geht los Hallo Ich will keiner mit dir ein Selfie machen in deinem Plüschbuschen Schön Jetzt müsstest du aber hier Wollten wir nicht Foto machen? Ne, jetzt fühlen sich hier alle unwohl Mit dem Sprügelbrunnen in der Küche Ah ja, Brotans Jawohl Ja, da sprudelt es, ey Das ist auch ganz egal Ich bin mein Dann fühlst du dich auch leicht unwohl, wenn hier irgendwas ist Ja, der ist sehr sensibel Komm, los, Lenne Sollen wir reparieren jetzt erstmal hier die Blöds? Lenne, Applauze, Bär So, du gehst erstmal hier zum Kalle Ah, guck mal, Kalle ist hier am Surfen Oh, streng vertrauliches Geheimnis entlüften Komm, Romantik Oh, flirten Mit wem soll er das jetzt machen, bitte? Komm, knuddeln Lenne, du bist aufgestiegen Ja Geschicklichkeitslevel Lenne kann jetzt Basisverbesserungen an Sanitärobjekten vornehmen und am Schreinertisch Möbel herstellen Er kann zudem mit anderen Sims über die Geschicklichkeit reden und Tuning-Teile am Computer kaufen Oh, geil Das ist cool, ey Geht voll ab, ey Das nächste Mal wäre nochmal cool, so eine Schreinerbank zu kaufen Oh, Alter, da können wir voll, äh Möbel bauen Möbel bauen, Geld machen Ah, die Zockermale schlägt wieder zu, ja, ey Money, money, money Ich hab ihn beschämt hier Komm, wir machen was Komm, Brotans Wie alles, wie da alles gut ist Komm, wir müssen den ein bisschen aufbauen Pro Umarmung Komm Dann müssen wir hier putzen Wer hat denn gerade so wenig Spaß? Ach, Mann, du, ne? Ja Ja, ich hab's ja, will er denn hier haben? Müllbestück herstellen Das pitten wir mal an Soll ich hier noch machen? Witz erzählt Ach, das ist schon Ja, komm, wir machen was mit denen hier Teile plündern Kollege, du wischst auf hier Jeder hat seine Aufgabe Und Kalle Energie Ach ja, da müssen wir pennen hier, Alter Schlafen Und dann ist alles gut Oh, Gemeinschaftsputzing Ja, hier, schön aufwischen, Leute Ja, bin ich wieder im Dreck, ey Ich find doch was Ich find doch was Boah, er muss mal pinkeln Dann geh doch Das können die noch nicht so gut, ne? Alleine Oh, er kann das Klo auch verbessern Ja Ich bin doch so aufgeregt, ne? Oh, hier, er macht hier auch gleich Oh, die ist auch mal Arsch Das läuft ja gut bei euch Aber Lenne kannst du jetzt nicht noch mal Ey, der hat so schon keinen Spaß mehr im Leben Ja, mach doch Spaß Sachen reparieren Ja, scheinbar nicht Billige Scheiße Lausewitz Was ist denn los hier? Du kannst noch mal das hier wegräumen Wegwerfen Samstag 12 Uhr Was können wir denn jetzt mal machen? Das ist auch wieder kaputt hier Alter Das muss ich reparieren jetzt Geht nicht anders Das ist wohl so Ach, armer Lenne Reparieren Nein, ich hab keinen Bock mehr, ey Dann siehst du die Musik Ich bin wieder angespannt Hygiene Gehst du, lass mal Zähne putzen Womit du nicht so geduldig stinkst Kläuschen Ach, Klauselwitz Jawohl, guck mal Jawohl Und Lenne da mit der Mit was für einem Gerät bist du denn da am machen? Hier, das ist ein Multifunktions Schraubgerät Das ist ein schöner Schraubschlüssel So, einfach hier das, okay Jawohl, Samstag Er muss los heute Um 17 Uhr, okay Was muss er erreichen? Muss er noch was machen? Witze schreiben, Musik üben Dann kannst du das mal gleich Musik üben, mein Freund Ja, oder mal ein bisschen Witze schreiben Ja, stimmt, Musik üben ist ein sinnvoller Weil wir da schon ein bisschen was können, ne? Ja, komm, nimm mal In Welt platzieren In Welt platzieren? Nee, nix in Welt platzieren Wer weiß, wo er die hin trägt Üben Er muss auch schon wieder pinkeln Er muss repariert werden hier, Kollege Ich mach mir gleich hin um 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 Videospiele spielen Ja, damit die Laune mal ein bisschen steigt Spiele spielen Was gibt's dann so? Sims 4 ever spielen Das ist ja cool Ja, los, ab geht die Post Geht die wilde Fahrt So mitten im Raum Was soll's? Ah, der gibt gleich einen zum Besten Wann muss er noch mal los hier? Ich glaub demnächst, ne? 17 Uhr Achso, naja, geht ja noch Muss wir gleich machen hier Ach, hier Müll rausbringen Ist okay Das macht der auch immer Das ist okay Bei Lenni geht der Spaß hoch Jawohl, der geht hoch Sehr schön Was möchte das hier, was ist das? Braucht Vergnügen Weil Spaß niedrig Ich würde wirklich gerne Etwas lustiges machen Na, hier ist doch gut aus Schön abzocken Na, läuft doch Scheiße, läuft nicht, ey Verloren Das läuft auch Na, siehste Alles gut Alles gut So, wo bist du? Die Dusche ist noch kaputt, ne? Oh je Ja, los, dann katsch ich um ihn noch mal schnell an Oder sie Freundlich vorstellen Oh, hier, Nina Steht vor eurer Tür, ey Nein, die müssen wir mal anhauen Jetzt Wie wird es wohl weitergehen mit euch beiden? Ja, wie wird es wohl weitergehen? Dass man mal Grund besitzt quatschen? Was ich noch gezockt? Spaß ist, wir haben so im Bereich Mit ihr kannst du auch Spaß haben Oh, wunderbärchen Gina Steffens Unglaubliche Geschichte erzählen Na, hier, du gleich mit schlappe Häschen Na ja, klar Jawoll Haben wir hier Beziehung? Wie sieht das aus? Freundin Ah ja So, wie spät haben wir es jetzt hier? Wie, äh Kannst du eine Nummer üben Viel Spaß Viel Spaß Du, ähm Na ja, 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 ja Komm, flirte mal mit mir Jawoll, komm Kleine Runde flirten in der Boxer-Shirt So muss das sein Ja, das kommt gut an, bei Frauen Gucken auf Hallo Du süßes Teil Wer ist der, Alter? Schuss mal auf, Freund Nase Stell dich mal nicht zwischen die beiden Ja Was ist denn das? Weiß ich nicht Ein Teenager Hat auf jeden Fall erstmal, äh Marco hier, der kann nur bei Kalle irgendwie Auf dem Schirm sein Oh, schon beendet hier, der Flirt Na ja Mal gucken bei Marco da Marco kann immer aufschauen Nee, hier, kannst du dich bitte mal anständig anziehen Jetzt wenigstens vorher Na gut, Outfit ändern Alltag Aber jetzt quatscht das nochmal mit ihr an Dann macht er den Macht er das Outfit Was sind das hier? Fans oder was? Ich hab keine Ahnung Mach doch keiner auf, ne? Nö Kalle ist am fennen Ja Das ist von Kalle Laufbursche Das ist, das kann auch sein Hat er frei heute? Nee, heute muss er los Um 8 Das muss er machen Naja, wieder gemeine Interaktionen, ne? Ja So, dann ist hier mal Ende mit Pen Ich glaube, er hat genug Energie, ne? Ja, gib ihm nochmal ein bisschen Na gut Oh, Nina Ist dann immer noch da? Ja Ja, bitte sie mal ein Nee, das ist er hier Na gut, guck mal So, erster Instagram Pro ist auch schon Ja, du hübsst, du hübsst, du hübsst, du hübsst, du hübsst Fehlts jedes Mal los, nein Jedes Mal Naja Vomberg Vom Grabe, geergadan Vleva In der hau Greenza Ich will nach Bantatatchen Dann mach mal das mal Wunscher Mach hier, mach den Spaß Das hier, das Erschrecken macht toll für ihn Macht dann gerne, ne? Ja Kleiner Schem Hier ist auch fast, oh hier. Level up fast. Oh, es kommt so unter. Wie geht, ey? Ist auch so geil. Was soll denn das hier einfach reinkommen? Ey, ich kenn die gar nicht, verpiss dich. Bitte ihn zu gehen. Ich blödel mal mit ihr rum. Das ist jetzt wichtiger, als den Fremden rauszuschmeißen. Guck mal, die finden alle den Spiegel toll. Die sind alle den Spiegel hinten. Fanden sie eben auch gut drauf. Kannst du die ab, oder? Kannst du sie ab? Ja, aber nochmal. Ja, geht schon klar. Oh ja, die unterhalten sich. Was hat er denn hier? Oh, sie ist wütend gerade. Du hast sie wütend gemacht. Sie ist schlecht gespielt. Oh. Lustig, komm. Ähm, lustige... Insider wird es weiter, dann heißt es verbindet. Du bist so ein Blödmann. Die Leute gehen einen auf den Sack hier, weil er scheiße spielt. Ja, wie wird es weitergehen? Werden wir den komischen Teenager hier von unserem Computer wegkriegen. Wird Nina die ganze Zeit wütend sein? Und wird irgendwann, Klauselwitz, mal eine richtig schöne Gitarre spielen können? Wir wissen es nicht. Es bleibt abzuwarten. Ja, und wird Kalle jemals wieder aufstehen? Wir hoffen es. Ja, bis dahin. Ja. 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 Ja.